Eigentlich müsste es eine gute Nachricht sein. Es geht endlich weiter. Die Amerikaner sind wieder da. Es läuft wieder, aber blöderweise nicht in die richtige Richtung. Zumindest mal nicht direkt aus bullischer Sicht. Wir hatten die letzten Tage häufig mal das Thema angesprochen. Müsste es nicht mal eine Pause geben? Wie könnte die in etwa aussehen? Tatsächlich sieht es danach aus, als ob genau diese Pause jetzt kommt. Keine Sorge, das macht das Bullenbild jetzt noch nicht kaputt. Es macht allerdings zumindest mal, verdirbt es denjenigen, die auf einen steten und unwechselhaften Anstieg nach oben, die darauf gehofft haben, die Welt ein bisschen kaputt. Also gucken wir es uns an beim DAX. Da haben wir eine Marke gestern mal genannt oder die Tage immer mal im Blick gehabt. Das ist das Hof vom 5. Juni. Idealerweise sollte die Marke nicht mehr durchstoßen. Das ist nun schon Geschichte. Denn die hat er nun schon durchstoßen. Und dementsprechend ist das überlappungsfreie Bild nach oben erstmal nicht so realistisch. Die Idee war gewesen, solange wir oberhalb hier irgendwie bleiben, sind wir direkt auf dem Weg nach oben. Da das jetzt nicht mehr der Fall ist, kann es das eigentlich nur in, sagen wir mal, drei Fällen geben. Fall Nummer eins ist, das ist ein Leading Diagonal mit Überschneidung. Jetzt habe ich es genau nicht überschneidend gemalt, aber ihr versteht, was ich meine. Dann müsste das die erste Aufwärtsbewegung sein. Da würde man jetzt sagen, ja, aber eigentlich so richtig die erste scheint es nicht zu sein. Natürlich könnte das sein, wenn das die große Korrektur ist, dass jetzt quasi dieses hier intern wieder strukturiert mit dieser Überschneidung ist. Ganz abwegig ist es nicht. Wir wissen allerdings auch, dass statistisch gesehen Leading Diagonals nicht so hohe Wahrscheinlichkeiten haben. Vielleicht so um die 10, 15 Prozent liegen und dementsprechend jetzt nicht das ist. Das ist bestimmt das. Wir müssen damit rechnen. Das ist es vielleicht nicht. Die zweite Alternative wäre, das könnte ein Ending Diagonal sein. Auch die sind überschneidend. Fünfwellig aber überschneidend. Aber das wäre dann das Zeichen, dass diese Aufwärtsbewegung vorläufig, nicht dauerhaft, aber vorläufig zu Ende ist. Was dann ja auch dafür spricht, vorsichtig, wir müssen irgendwie noch mal weiter runter. Und die dritte Lösung ist, nee, nee, es gibt gar keinen Fünfweller mehr. Der geht nicht mal mehr nach oben, sondern das war jetzt der ABC-Anstieg nach oben. Das ist ein Dreiweller. Das ist korrektiv und passt dann insgesamt in dreiwellig nach unten, dreiwellig nach oben und anschließend nochmal vielleicht sehr dynamisch nach unten. Also tatsächlich ist mit diesem Bruch hier, dieser Marke, zumindest mal die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Zone, die ich hier mal eingezeichnet habe, ungefähr 15.700 bis theoretisch tiefer noch als 15.200. Ich habe aber so eine Vermutung, dass wir so tief nicht mehr gehen. Es ist nur eine Vermutung. Wenn wir tiefer gehen, wäre das ein klares Zeichen und zwar kein gutes Zeichen. Denn solange wir oberhalb der 15.130er Marke sind, sind wir kleiner in der Korrektur als das, was wir hier vorne hatten. Und das würde bedeuten, dass wir auf einem kleineren Level sind. Das heißt, das ist die übergeordnete Korrektur. Das ist jetzt dann eine kleinere und wir sind dann weiter auf dem Weg nach oben. Das heißt, vorläufig hat sich damit ein Türchen geöffnet, nicht zwangsweise, da werden wir gleich noch drüber sprechen, zwangsweise in diese Zone 15.700, 15.200 mit, ich sage mal, ganz guten Chancen 15.600, 15.500. So ein bisschen den oberen Bereich, den sehe ich für relativ realistisch. Manch einer würde sagen, das kann ich mir gut vorstellen. Dann haben wir hier ja auch eine Menge Unterstützungsmarken. Das spielt alles sicherlich auch eine gewisse Rolle mit und diese Flat Korrekturen, die laufen eben gerne irgendwie so in diese Richtung wieder zurück. Also das lässt das vermuten, dass es das Bild wird. Wenn es das Bild ist, dann ist eben ein Rücksetzer bis dahin kein Problem. Geht er unter diese Marke, dann habe ich den dringenden Verdacht, dass wir auch die 78er noch reißen und später dann diese Marke und dann hier irgendwo erstmal landen. Aber so weit wollen wir im Moment noch nicht denken. Das ist erstmal nicht das Thema. Vorläufig ist, wenn man Hardcore-mäßig sagt, nee, Bullish muss immer heißen, es geht nur nach oben. Der müsste jetzt ernsthaft überlegen, hier mal eine Position zu schließen, Gewinne mitzunehmen. Denn das ist eigentlich jetzt nicht mehr das ganz perfekte Bild hier auf dem Weg. Ich bin allerdings trotzdem noch Bullish, erwarte allerdings, dass wir eine realistische Chance haben, dass wir hier erstmal ein bisschen runterkommen. Das wäre überhaupt gar kein Drama. Nur wenn es tiefer geht, dann müssen wir uns Sorgen machen. Also die übergeordneten Bullen müssen noch keine Sorge haben. Stopp allerdings entsprechend so legen, dass ihr das überlebt. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu weit vom Stopp, dann müsstet ihr jetzt ernsthaft überlegen, schnell raus oder bald raus zu gehen. Eigentlich theoretisch schon eigentlich jetzt. Nicht, weil das der beste Punkt ist, aber weil jetzt eben das Türchen nach unten deutlich aufgestoßen wurde. Sollte man jetzt also Short gehen? Naja, dieser Bruch hier ist für mich normalerweise überhaupt kein Short Trigger. Das entspricht nicht unserer Logik. Aber es bietet sich trotzdem vielleicht was an, nämlich wir haben doch jetzt hier eine relativ starke Abwärtsbewegung. Nehmen wir mal an, wir bekommen jetzt hier als nächstes irgendwie so etwas oder von mir aus noch so etwas. Dann haben wir die letzte starke Bewegung nach unten, die wackelige Bewegung aufwärts. Und das Zwischentief hier wäre der Trigger, um das, was wir hier vorne zu haben, nochmal zu erwarten. Und dann sind wir immer noch nicht da. Also es müsste sogar vielleicht weitere Ziele als diese 1 zu 1 Projektion dann sogar geben. Aber das wäre für mich dann ein sinnvoller Short Einstieg. Also für mich ist das überschneidend zwar das Öffnen der Tür. Das Problem ist allerdings, da müsste ich den Stopp relativ weit weg machen. Hier oben irgendwie 16.000, keine Ahnung, 360, irgendwie sowas in der Richtung. Ah, finde ich nicht ganz so optimal. Wenn wir so ein Muster hier bekommen, habe ich nicht nur die Idee, dass wir das Türchen bis da unten aufgemacht haben, sondern ja auch den Hinweis, dass diese Aufwärtsbewegung schwach ist. Der letzte Hoffnungsanker ist, wenn das Ganze jetzt dann doch irgendwie sich so auflöst, dann würde ich im Zweifelsfall sagen, ah, okay, naja, dann ist das hier vielleicht noch irgendwie was Korrektives. Sieht nicht so doll aus, ist auch doof mit der Überschneidung. Aber na gut, vielleicht ist es dann doch dieses, was ich angedeutet habe, das Leading, was ja nicht so häufig ist, aber möglich wäre es ja. Also alle da draußen können entweder auf der kleinen Ebene handeln oder aber selbst wenn ihr sagt, will ich nicht handeln, den kürzerfristigen Chart im Hinterkopf haben, wird der Korrektiv nach oben gehen, so halbwegs in die Mitte des Raums rein hier. Hier, ihr könnt das auch ganz Hardcore-mäßig messen. Höchster Punkt, ne, da müssen wir auch richtig klicken hier, höchster Punkt, tiefster Punkt. Ihr erinnert euch, da müsste er eigentlich reinlaufen und das Ganze dreiwellig, das heißt irgendwie mal steil hoch, dann vielleicht irgendwie wackele ich runter und nochmal hoch. Könnte man sogar noch einen Zwischenlong hier überlegen, ob das was ist. Also ihr seht, da gibt es eine ganze Reihe Ansätze, wie man hier irgendwie in den Markt dann noch reinkommt. Ich finde, da ist eine Menge Spiel, sowohl für einen kurzzeitigen Long als auch dann den nächsten nochmal auf der Short-Seite. Aber alles, ihr seht das im kleineren Rahmen und das beißt sich noch nicht mit dem übergeordneten Bild, solange wir irgendwo da oben landen, sowieso nicht. Wenn wir da unten landen, wie gesagt, das idealerweise nicht durchstoßen. Ihr seht aber, für den Moment bin ich nicht so super glücklich mit der Long-Seite. Muss nicht schlimm sein und ob ich glücklich bin, ist sowieso unrelevant. Aber das ist nicht so ein gutes Zeichen, dass er das durchstoßen hat, dass die Marktteilnehmer nicht gesagt haben, machen wir uns nichts draus. Ein bisschen besser sieht das beim DAX Future zumindest mal auf. Das ist vielleicht noch so ein bisschen der Rettungsanker, dass wir hier aufgrund des Kontraktwechsels, muss man fairerweise aber dazu sagen, ihr seht, dass da hier so ein bisschen der Sprung war zwischen dem alten und dem neuen Kontrakt. Das wirkt dann hier halt ein bisschen wie, naja, ist ja gar nicht so schlimm mit der Überschneidung. Also da nicht wundern, dass der Index, der ja die Aktien repräsentiert und der Future, der den Terminmarkt repräsentiert, da ein bisschen auseinanderlaufen. Und je nachdem, wie ihr euch das Ganze anguckt, kommt es da eben zu dieser Verzerrung aufgrund dieses Verfallssprungs sozusagen, alter Kontrakt, neuer Kontrakt. Und deshalb sieht das da noch ein bisschen harmloser aus. Und vielleicht ist das so die letzte Chance. Ja, vielleicht wird doch nicht alles so schlimm. Vielleicht ist es doch eher im Sinne von 1, von 2. Und dann haben wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 intern. Dann ist das eine steile 4 und danach nochmal eine 5 nach oben. Also das wäre so der Hoffnungsanker, den die Bullen möglicherweise noch haben, also den ich auch aus bullischer Sicht sehe. Und der uns für die Intraday-Händler natürlich nochmal die Chance gibt hier, wenn das hier starker Anstieg, wackele ich runter sowieso für den Zwischenlong. Das ist der gleiche Zwischenlong, den ich eben am DAX-Index gezeichnet habe. Das würde hier natürlich auch noch gehen. Aber dann aufpassen, dass er dann diese Tiefmarke nicht mehr durchstößt. Solange er oberhalb bleibt, naja, mit einem blauen Auge vielleicht davon gekommen, indexmäßig vielleicht ein bisschen angeschlagen. Aber scheint ja dann gut gegangen zu sein. Aber wehe dem, und das meine ich nicht böse mit dem wehe dem, aber wenn er da durchgeht, dann sind wir in dieser Richtung dreiwellig hoch getriggert auf dem nächsten Schub nach unten und zu den Zielen unterwegs, die ich eben schon angedeutet habe. Wie passt das mit Amerika zusammen? Tatsächlich ganz gut eigentlich, denn auch die Amerikaner machen im Moment gerade Pause und es sieht sogar danach aus, als ob diese Pause ein bisschen intensiver wird. Das waren so das obere Quadrat hier oder Rechteck, das war so das Mindestziel. Mit Erwartung ein bisschen dafür unterschreiten. Das ist ungefähr diese Größe jetzt hier als Korrekturmuster, die wir da haben. Und je größer er jetzt wird, desto eher ist das möglicherweise ein bisschen anders noch aufzufassen, dass es vielleicht dann doch 1, 2, 3, 4, 5 wird und jetzt so eine A, B, C in die Mitte rein. Deshalb sollten wir uns jetzt folgenden Gefallen tun. Mal das Bild auf eine Nummer größer nochmal mit den Fibonaccis mit angucken. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Auch hier wissen wir, klassischer Rücksetzer ist irgendwo hier. Und da er jetzt hier relativ steil runter geht, würde ich mir fast schon vorstellen, dass wir da in diese Zone auch nochmal reingehen. Also ich sage mal so um die 34.000 nochmal sehen. Im Moment ist der Future bei 34.200 in etwa. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir die 34.000 auf jeden Fall nochmal sehen. Und ich muss sagen, so die interne Struktur, da werde ich nicht so ganz schlau raus. Denn ich hatte das eben mal angedeutet, könnte das die Korrektur sein. Dann wären wir 5-wellig nach oben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das eigentlich besser zusammenpassen würde als ein 5-Weller. Dann hätten wir hier eine 1, eine 2, also eine große. Dann in der Mitte das 5-wellige, was wir hier haben. Und dann wäre eigentlich irgendwie das Pandor zu dieser noch da. Also ich sage mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall so in diese Zone nochmal kommen. Vielleicht sogar direkt. Möglicherweise mit dem Umweg hier nochmal. Aber das würde ich jetzt auf jeden Fall mal sehen. Bullish ist allerdings alles noch erstmal in Ordnung, solange wir in dieser Kiste bleiben. Das heißt nicht so unter 33.500 würde ich mir Gedanken machen. Und ich fände das jetzt auch überhaupt nicht attraktiv, wenn er diese 33.500 auf einem sehr direkten Weg angeht. Also wenn er jetzt tatsächlich das macht, hätte ich kein gutes Gefühl damit. Wenn er das so gestaltet, dann muss ich sagen, ist schon okay. Dann sind wir ja hier wieder möglicherweise korrektiv. Falls er dreht, wäre das ein guter Einstieg dann dafür. Oder natürlich wie immer kleinere Korrekturen auf der Aufwärtsseite sind ebenfalls dann entsprechende Einstiege für den Weg nach oben. Im Moment sehe ich das noch nicht. Also im Moment würde ich weiterhin eigentlich sagen, diese Abwärtsseite, die Pause, die wir hier gesagt haben, die vollzieht sich. Und da er hier jetzt schon sehr weit unten ist, also entweder schafft er es jetzt relativ zügig mit dem Dreh. Was würde ich dann eigentlich erwarten? Ja eigentlich nur nochmal, dass er hier einen drüber setzt und anschließend in diese Kiste reinläuft. Denn ich hatte es ja angedeutet, wenn das die zweite Welle ist, dann fünfwellig nach oben, kommt hier die vierte Welle und dann kommt hier die fünfte Welle noch dran und danach kommt die nächste Pause wieder. Und dann allerdings bezogen auf diesen gesamten Anstieg, das heißt irgendwo in diesem Bereich dann entsprechend rein. Also ihr seht irgendwie, ich bin vorläufig, also ich bin nicht insgesamt im Übergeordneten, bin ich nicht bärisch. Also im langfristigen Bild dieses, ich hatte mal 18.000 beim DAX, 38.000 beim Dow Jones, ist dadurch im Moment überhaupt nicht angegriffen. Die Frage ist nur, kriegen wir eine kleine Pause, ist die Pause schon quasi durch, kriegen wir eine kleine Pause, kriegen wir eine mittlere oder eine größere Pause. Aber noch ist alles im bullischen Bild erstmal in Ordnung. Im Hinterkopf müssen wir natürlich immer behalten, es kann viel mehr werden. Das ist nicht eine Drohung, das ist überhaupt keine Drohung. Ja, ich zeichne das mal hier, ich mache mal, warum ist hier, sogar ein Wochenchart von mir aus. Nur, dass ihr es wisst, starker Anstieg, dreiwellig runter, dreiwellig hoch, einmal nochmal runter, ist immer noch ein bullisches Bild. Könnte uns aber locker nochmal auf 31.500 bringen, um anschließend nach oben. Ich werde häufig missverstanden im Sinne von, ah, jetzt guck mal, jetzt macht er diese Variante und diese Variante. Guck, da muss er sich nicht festlegen, dann kann er sagen, guck, ich habe Recht gehabt. Das ist für mich als Händler, finde ich, unerheblich. Ich könnte jetzt 10 Marken nennen oder von mir aus nur zwei und dann kann ich nachher sagen, guck mal, ich habe Recht gehabt. Als Händler ist das aber eine Aussage, die völlig uninteressant ist. Und die Aussagen, die ich hier mache, die versuche ich als Händler zu fällen. Also wenn ich euch zwei Angebote mache, dann nicht im Sinne von, guck, und ich habe Recht gehabt. Denn das ist als Händler völlig unerheblich. Als Analyst klingt das natürlich gut, ich habe es immer gewusst. Aber als Händler muss ich mich ja konkret festlegen mit der Geschichte. Wenn ich euch also zwei Szenarien anbiete, nehme ich von mir aus direkt da hoch oder mit diesem Umweg, ist das überhaupt nicht mit dem Hintergedanken, guck, ich habe Recht, das passiert so oder so. Ich weiß im Vorhinein, ich sage es euch aus bestem Gewissen, ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich weiß es genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Aber wenn ich diese zwei typischen Marken, zum Beispiel jetzt hier den Umweg, den möglichen Umweg nochmal habe oder eben den direkten Weg nach oben, dann kann ich mir überlegen, wie möchte ich den Trade gestalten, damit es für mich attraktiv ist. Ist das ein attraktiver Trade, zu sagen, ich bin jetzt noch long und der Kurs geht nochmal hier runter. Wenn ich das nicht attraktiv finde, vielleicht weil ich die Zeit zu lang finde, weil ich dann den Eindruck habe, mein Kapital ist zu lange gebunden, bis dann der Kurs wieder hier oben ist, ist es ja nicht nur, dass ich diesen Tiefpunkt, sondern das ist ja dann bis dahin. Das heißt möglicherweise erst im Januar bin ich wieder da. Es muss jetzt nicht das Szenario, das ist jetzt noch nicht die Empfehlung, Leute, das wird es jetzt. Aber dann kann ich mir überlegen, ob ich ein langweiliger Händler bin und der sagt, ich lasse das über Langeweile laufen, das ist völlig in Ordnung, das ist gar nicht ein eiliges Ding. Oder ob ich sage, naja, aber ich finde es jetzt doof, ich binde mein Geld und ich weiß, es gibt ein Szenario, was mir jetzt ein halbes Jahr lang überhaupt keine Rendite gibt, sondern zwischendurch immer noch ein blödes Gefühl, weil der Kurs hier ist, denn es kann ja auch das noch passieren. Warum auch immer. Vielleicht gibt es eine blöde Nachricht oder sonst irgendwas. Finde ich dieses Szenario attraktiv genug oder finde ich es nicht? Und dann kann ich als Händler aus diesen beiden Bildern ableiten. Ja, dann stoppe ich doch lieber hier. Oder ob ich sage, nee, nee, das passt schon, dann warte ich halt, ich habe Geduld, der Markt wird da schon seinen Weg gehen. Also es geht als Händler niemals darum, wenn man zwei Szenarien macht, hat man immer recht, sondern als Händler ist es, wenn ich zwei Szenarien mache, okay, kann ich die Wahrscheinlichkeit einschätzen? Ist das eine vielleicht 60 Prozent wahrscheinlich, das andere 40 Prozent wahrscheinlich. Blöderweise ist es nie so, dass das eine 99 Prozent und das andere 1 Prozent wahrscheinlich ist, sondern es ist immer irgendwie sowas so halbwegs in der Mitte mit ein bisschen zu Gunsten. Und der Rest ist einfach Trade Gestaltung. Das ist das, wo ich immer sage, wartet mit dem Einstieg vielleicht noch, damit ihr den Stop dann sinnvoller setzen könnt, um das Ganze dann so zu gestalten, dass es dann dem Ergebnis vorteilhafter ist. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil ich das hin und wieder an den Kommentaren oder Feedbacks bei mir oder auch bei anderen lese, dass es dann heißt, ja, man muss ja nur zwei Zahlen nennen. Ich hatte damals mal 8.000 gesagt und 18.000. Guck mal, man hat auf jeden Fall recht. Darum geht es nicht. Ja, das hilft uns als Händler überhaupt nicht. So, bleiben wir noch mal ganz kurz konkret oder so konkret, wie es eben geht. Wenn ich jetzt hier also die Aufwärtsseite noch akzeptiere, akzeptiere, die akzeptiere ich noch, solange das hier ist, ist alles noch im völlig normalen Rahmen, ist alles noch in Ordnung. Entweder jetzt direkt darunter, dann möchte ich aber, dass dieses direkt darunter korrektiv wird. Also ich brauche dann irgendwann mal eine Gegenbewegung in irgendeiner Form. Wenn er noch mal einmal höher geht, würde ich trotzdem noch davon ausgehen, dass dieses Ding noch mal in die Mitte korrigiert, genauso wie er dieses Ding in die Mitte korrigiert hat. Ja, also das ist genau das Gleiche, was ich dann habe. Das sind alles bullische Bilder bis zu den gezeigten Größenordnungen und unter der Voraussetzung, dass das idealerweise klar korrektiv erkennbar ist. Je weniger es korrektiv erkennbar ist, so wie hier jetzt aktuell, desto größer ist die Gefahr. Moment mal, machen die das? So ein bisschen das Angsthasenspiel beim Auto. Zwei Autos, weicht er noch aus? Weicht er noch aus? Ich weiß es nicht. Also wenn der jetzt wackelig hochkommt, weiß ich, okay, einmal muss er noch theoretisch. Also beim Trigger wäre das noch mal ein kurzzeitiges Short-Signal. Das ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Und je weiter er fällt und nicht korrektiv hoch geht, geht er korrektiv hoch, geht ja auch das nachher noch tiefer. Und das wird dann von der Zielerwartung, also die ist ja immer ähnlich groß vorne wie hinten, wenn er zu tief darunter ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer. Also ich bin noch nicht kritisch. Wir haben noch eine ganze Reihe Long-Positionen und wir werden bei einigen mit dem nachgezogenen Stop rausfliegen. Das ist dann halt so, wenn der Kurs mal eine Pause macht, weil man manchmal engere Stops hat, manchmal weiter. Wir versuchen das immer ein bisschen zu mischen, dass man ein paar etwas länger laufen lässt und ein paar ein bisschen knapper stoppt, um eben mehr Gewinn mitzunehmen. Dann finde ich eine ganz gute Variante. So hat man immer ein Gemisch, der ist nie optimal, aber immer so, dass es in der Summe ganz gut ist. Das ist vielleicht so ein Gedankengang, den man noch mal haben kann. Vorläufig also noch alles in Ordnung. Wir haben darüber gesprochen, dass dieser Rücksetzer kommt. Wer kurzzeitig mal ein Bullish, also Long gehen möchte, der braucht irgendwie einen Schub mal nach oben und eine Korrektur nach unten. Haben wir noch überhaupt nicht, gibt also noch gar keinen Grund. Im Gegenteil, vielleicht, wenn er sogar noch mal wackelig hoch geht, noch mal zumindest vorläufig ein bisschen auf die Short-Seite als kleinen Filter damit rein zu benutzen. Dann beim S&P, da ist es mehr oder weniger das Gleiche. Der kommt natürlich auch im Moment nach unten und dementsprechend passt das. Aber auch da hatten wir die letzten Tage darüber gesprochen, dass wir einen Rücksetzer erwarten. Ich hätte ihn mir ein bisschen korrektiver gewünscht, weil er doch jetzt relativ steil ist und das ist immer so ein bisschen die Restsorge. Wie ist denn der Plan? Macht er das jetzt in einem Rutsch durch oder kriegen wir diese ABC-Struktur, um vielleicht einen Zwischenschort zu machen und um nachher wieder Long gehen zu können? Also wenn er sowas hier macht und er triggert nachher das, dann haben wir ein ganz gutes Indiz, dass wir dann wieder weiter auf der Aufwärtsseite unterwegs sind. Nasdaq ist natürlich analog, müssen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist das Gleiche. Vielleicht haben wir mit diesem kleinen Pinöckel hier für später noch mal einen Aufhängungspunkt für die Long-Seite. Das kann durchaus noch mal sein. Aktuell gibt es hier überhaupt nichts, was für die Long-Seite spricht im 5-Minuten-Chart. Das kann sich jederzeit ändern und sähe dann so aus. Also insofern, dann hätten wir wieder die Long-Signale. Geht er nur wackelig hoch, bleibt es vorläufig bei der Abwärtsseite. Und wir hatten schon mal ungefähr gemessen, wie groß die Rücksetzer sein können. Wir können es ja noch mal ganz kurz andeuten hier, für die, die das jetzt noch mal in Bezug haben wollen. Der letzte größere Rücksetzer, die kleineren, die haben wir alle schon, die können wir auch noch mal vermessen, aber dieser letzte, einigermaßen größere, würde locker noch mal bis 14.925 in etwa runterlassen. Das ist nicht Millimeterarbeit hier, das ungefährere Bereich. Das wäre eigentlich so meine Lieblingsrücksetzer-Geschichte, weil dann hätten wir hier einen Anstieg, einen mittleren Rücksetzer. Hier haben wir irgendwie was auf kleinerer Ebene, da kann man im Detail noch mal gucken. Aber wir bräuchten jetzt irgendwie sowas vielleicht wieder, wenn er das jetzt machen würde. Und dann hätten wir das. Und anschließend hätten wir wieder diese Größenordnung, aber dann eben erst zum späteren Niveau. Also so könnte ich mir das vorstellen. Deshalb so meine erste Orientierung, so ein bisschen unter 15.000 plus minus, so in der Richtung, das müssen wir dem Nasdaq wohl zubilligen als eine Korrektur, einfach um da so ein bisschen in diesem Korrekturverhalten da eben drin zu bleiben. Alles, was oberhalb ist, ist sowieso nur so ein Rücksetzer wie diese hier und killt sowieso die bullische Seite noch nicht. Zusammengefasst, ihr seht, ich bin nicht bärisch, auch wenn der Markt jetzt zwischenzeitlich, also mal so ein Zwischenschort finde ich ja immer mal ganz praktisch, aber im großen Bild hat sich nichts geändert, noch nicht. Das kann sich noch ändern, aber alles ist noch als normale Bullenkorrektur eben einschätzbar. Es gibt also noch keinen zwingenden Grund, jetzt schon in Rage, in Panik oder in Sorge zu geraten. Nur wer sagt, ich will meine maximal die Gewinne mitnehmen, denn es kann ja auch mal schlimmer kommen, der sollte natürlich überlegen zu schließen. Wir für unseren Teil haben einige Stops ein bisschen enger und einige Stops ein bisschen weiter. Und bei denen, wo wir dann rausfliegen, sind wir draußen, vielleicht kriegen wir eine neue Chance für einen Einstieg. Und bei denen, wo wir noch drin sind, da ist dann eben die Chance, dann da eben den nächsten Arm nach oben dann wieder mitzunehmen. So, in der Hoffnung, dass euch das ein paar interessante Erkenntnisse gegeben hat, wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Erfolg bei eurer Umsetzung, bis zum nächsten Mal.